ja und hier geht es weiter hier das sind auch sehr nette leute mit denen ich mich schon öfter unterhalten habe auch auf dem anderen im markt die machen peanut butter also und kaffee also peanut butter aber auch allem also so eine creme aus mandeln oder aus cashew nüsse hier das sieht aus wie honig und es ist honig honig aus tulum und hier ist der melipona honig wobei ich sagen muss die preise sind ja wesentlich teurer ist das was ich normalerweise bezahle aber kann ja sein dass es einfach andere qualität ist wohl das glaube ich nicht so schnell wie das dann ein bisschen anders verpackt ist dann ist es halt auch meistens bisschen teurer aber ich denke dass der mann genau weiß dass er die preise nehmen muss hier ist ein hamburger stand und hier wieder tacos wieder tacos gibt es eine ganze menge hier verkauft auch einer etwas so jetzt haben wir fast alles gesehen glaube ich nein überhaupt noch nicht alles gesehen auch gott gibt ja noch viel mehr hier genau das ist glaube ich sushi oder sowas dann gucken wir mal weiter was es hier gibt hier ist der käse den man gerade erzählt hat hier habe ich mir nicht ich bin nicht vielleicht kann ich probieren oh hi hi how are you i'm fine thank you you have cheese yes cheese and bread with cheese you make bread with cheese so you can eat bread you can order bread with cheese yes exactly oh good for example it's blue cheese with pick and nuts yes and this is this is for number it's a blue cheese Ja, aus Französisch. Und du bist französisch? Ich bin französisch. Und du bist in Toulouse? Ja und nein, ich bin Valladolid in Valladolid. Ah, in Valladolid, ja. Und du machst den Cheese selbst in Valladolid? Oder du orderst es von Französisch? Wie kommt es hier? Die drei kommen aus Französisch. Ah, okay. Die zwei sind Mexikanisch. Ja, das ist Gold Cheese, ich denke. Ja, das ist Gold Cheese. Das ist Gold Semicurado aus Spanien. Ah, okay. Und das Brot, du machst? Ja, genau. Du machst das Brot selbst? Ja. Wow. Und es ist nur Brot? Oder ist es speziell, ohne Gluten? Oh, ohne Cheese und Pecan. Ah, es ist alles? Oh, ja. Interessant. Hallo. Das Brot? Und es ist auch gar nicht mehr zu sehen. Das Brot? Okay. Und es ist eine Brot industrialische Fren schieße. Keine Brot ist Blut. So Furme d'Amber. Wurme d'Amber. Und Brot mit Pfeifen. Das Brit mit Hörs. Das Brot von Mexikanisch. empresse Mechikonrufe, Das Brot mit Wurme d'Amber. Und es ist die Sauerkze mit Wurme d'Amber, mit Blut Blut mit Blut mit Blut Ich muss die Kakao-Nips kaufen. Ich komme zurück in ein paar Minuten. Gott, hier sind ja die leckersten Sachen, auch Brot. Also all das, was man eigentlich die ganze Zeit in Mexiko nicht gefunden hat. Oh, das sieht gut aus. Danke. Ist es französisch oder mexikanisch? Es ist mexikanisch sauerdow-pastri. Oh mein Gott. Das ich mache mit rote Berries und Almond-Creme. Das sind Pan au Chocolat, aber es ist mexikanisch. Mexikan Pan au Chocolat, wow. Ja, ich mache es selbst. Und alles hat sauerdow. Sauer Teich. Alles hat sauerdow. Also, die croissants. Die croissants, ja. Wow. All die pastries, die cinnamon rolls. Ich benutze nicht commercial yeast. Und diese croissants haben Curry und Thyme. Nice. So, diese sind empanadas, die haben Fleisch. Und die vegetarierenden haben Chile und Korn. Ich bin jetzt in Mexiko für so lange. Aber ich habe nicht so viel fantastisches Brot gesehen, wie ich hier heute sehe. Ich komme zurück. Ich muss mein Video machen und dann danke dir so. Vielen Dank. Vielen Dank. Eieiei, das ist ja echt hier lecker. Frutas, tessin, tessin. Hallo. Wie ist dein Name? Danke, ich bin gut. Ah. Willst du es probieren? Wir haben die hohe Frut. Ich habe gerade etwas gekauft. Es gibt auch noch eine andere. Es gibt die gleiche Frut. Nein, es ist anders. Es ist anders. Es ist anders. Es ist sehr anders. Es ist sehr anders. Ich empfehle dich zu probieren. Wir haben Pinnapple, Natur und Chili Powder, Kalkanruhe, Apple, Beedroot, Tangerine, Kalkanruhe und Orange. Und wir haben auch Infusions oder Chips. Ich mache eine Bildung von diesem Stand und dann komme ich zurück. Ja. Weil ich möchte mein Video mit Ende. Danke. Ah, das ist Obst, Gemüse. Also auch organische Sachen. Kakaocreme. Ach, das habe ich schon mal. Hi. 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 You are normally at the market from Palma Central. Yes? I saw you. Yes, yes. Ah, you will be there tomorrow. I will come tomorrow. Das ist also, manche Leute sind hier die gleichen wie auf den anderen Märkten. Und er hat ganz tolle, organisches Gemüse und Obst. So, was haben wir denn hier noch? Ah, okay. Er ist auch immer da mit CBD Oil auf den anderen Märkten. Und noch jemand mit Sonnenbrillen. Und ja, wie Sie sehen können, alles wunderschön. Ja. So, da ist es vielleicht etwas wichtig. Ich bin ein paar hinder. Und hier habe ich auch gerade den ganzen Wochenendefleisch die Vougemaßt. Und dann geht es ab, und ich kann es jetzt zusammen, dass es ein paar Hinschredy auf geht. Und dann wird es jetzt ein paar Hinschredy. Das ist jetzt ein paar Hinschredy. Und dann geht es jetzt mit ein paar Hinschredy. Und dann geht es noch um einen Trailer. und dann geht es dann in71 chase.